Ihr habt in eurem Overlay eine Szene, in der ihr mit eurem Stream, eurer Community reden könnt, aber ihr wollt in dieser Szene auch den Chat einblenden, also nicht nur euch zeigen, sondern daneben auch den Chat einblenden. Wie sowas funktioniert und wie man die Chatbox mit Hilfe von TippiStream als Widget in den Stream einbinden kann, das schauen wir uns heute gemeinsam an. Fangen wir wieder direkt im Dashboard von TippiStream an. Auf der linken Seite im Menü findet ihr den Reiter Chatbox. Dort klicken wir einmal drauf und dann kommt ihr in die Übersicht aller eurer Chatbox-Widgets. Hier sollte natürlich noch keins sein, es sei denn, ihr habt schon eins erstellt, also wir erstellen jetzt erstmal eins zusammen, Add a Chatbox-Widget. Draufklicken und dann kommen wir wieder in die gewohnte Ansicht. Auf der linken Seite würden wir sehen, wie unser Widget aussieht und auf der rechten Seite können wir unser Widget konfigurieren. Als allererstes geben wir dem Ganzen mal einen Namen. Nennen wir es mal StreamChat. So, einmal eingeben und dann einfach rechts daneben klicken. Nun können wir mit den Optionen anfangen. Und zwar könnt ihr bei Content erstmal auswählen, welchen Service ihr denn anzeigen wollt. Je nachdem, was ihr mit eurem TippiStream-Account verknüpft habt, könnt ihr hier verschiedene Services auswählen. YouTube ist aktuell deaktiviert, sollte aber in Zukunft wieder aktiviert werden. Das heißt, für YouTube geht das Chatbox-Widget aktuell nicht. Ich weiß nicht, ob sie da eine neue Version bringen, ob es Probleme gibt. Da habe ich leider keine Infos, sollte aber demnächst, denke ich, wieder kommen. Wir machen das Ganze einmal für Twitch, also hier Twitch auswählen. Und sobald ihr das macht, wird auf der linken Seite auch schon gezeigt, wie das Widget aussieht. Wir haben einfach nur die Uhrzeit. Wir haben unsere Badges, den Namen und den Text. Gehen wir also mal los. Message Visibility. Die gibt an, wie lange die Chatbox sichtbar ist, beziehungsweise die Nachrichten. Hier sind standardmäßig 15 Sekunden ausgewählt. Das bedeutet, der Chat würde nach 15 Sekunden einfach verschwinden, also nichts mehr anzeigen, wenn keiner mehr schreibt. Wollt ihr euren Chat aber permanent anzeigen, dann könnt ihr hier einfach auf der rechten Seite Always Show auf On stellen. Und schon verschwindet das Chatbox-Widget nicht mehr, sollte keiner mehr schreiben. Über Display Timestamp könnt ihr dann einstellen, ob der Zeitstempel, also die Uhrzeit, immer links neben jeder Nachricht angezeigt werden soll oder nicht. Es ist eingeschaltet, dann wird der Zeitstempel angezeigt. Schaltet ihr es aus, dann wird er entfernt. Dann gibt es ja noch sowas wie Beta TTV und Franker Face Z. Das sind Anbieter, die einem ermöglichen, Emotes hochzuladen und einzubinden in den eigenen Chat, ohne dass man Affiliate oder Partner ist. Also eine Möglichkeit, um trotzdem Emotes zu nutzen. Funktioniert aber auch nur für die Leute, die dann auch diese Plugins installiert haben. Das heißt, wenn ihr Beta TTV Emotes hochladet und selber das Plugin habt, ja, dann seht ihr die Emotes. Aber sollten eure Zuschauer dieses Plugin nicht haben, dann sehen sie die Emotes nicht. Nichtsdestotrotz hat Tivistream hier eine Integration, das heißt, ihr könnt dann die Emotes, solltet ihr diese Dienste nutzen, im Chatbox Widget anzeigen. Dafür aktiviert ihr einfach die beiden Schieberegler und dann würden diese Emotes auch mit angezeigt werden. Wollt ihr das Ganze nicht haben, lasst ihr beides auf Off und schon werden diese Emotes nicht angezeigt. Dann könnt ihr hier noch Show Bots Messages anhaken und zwar könnt ihr dadurch aktivieren, dass Nachrichten von Chatbots in der Chatbox angezeigt werden. Oh ja, da muss man jetzt auf die Sprache genau achten. Also wenn ihr wollt, dass diese Chatbot Nachrichten in eurem Chatbox Widget zrichtbar sind, dann das Ganze aktivieren. Wollt ihr das nicht, sondern wollt ihr wirklich nur Nachrichten von echten Zuschauern sehen, dann stellt ihr das Ganze auf Off. Außerdem könnt ihr hier in dieses Feld noch Namen von Zuschauern, Bots oder sonstigen Leuten reinschreiben, die nicht in der Chatbox angezeigt werden sollen. Das heißt, wenn bestimmte Accounts in eurem Chat öfter aktiv sind, die bitte nicht in der Chatbox angezeigt werden sollen, dann gebt ihr hier die Namen einfach ein. Mehrere Namen werden dabei dann Komma-Separiert angegeben. Das heißt zum Beispiel könnte ich jetzt hier meinen eigenen Bot-Account eingeben, NilssonBot. Könnte dann vielleicht noch einen weiteren angeben. Another TTV Viewer ist ja so ein bekannter Bot, der auf Twitch unterwegs ist. Einfach Komma-Separiert die Namen angeben und diese Namen werden dann nicht in der Chatbox mit angezeigt. Darunter befindet sich dann noch ein Reiter, den können wir aufklappen und dort könnt ihr dann noch was mit den Badges machen. Denn wir schauen uns das Ganze mal links an. Ihr seht ja neben den Namen immer so Badges. Hier so ein Tippy-Stream-Badge oder ein Moderatoren-Badge. Vielleicht auch euer Subscriber-Badge. Also verschiedene Badges. Icons. Und ihr könnt hier auf der rechten Seite nun einstellen, ob diese Icons angezeigt werden sollen. Zum Beispiel das Broadcaster-Badge, das Subscriber-Badge, das Moderatoren-Badge oder das Twitch-Prime-Badge. Je nachdem, ob ihr das jeweilige Badge angezeigt haben wollt in eurem Widget oder nicht, aktiviert ihr das Ganze. Also On-Anzeigen, Off-Nicht-Anzeigen. Gehen wir mal einen Tab weiter. Dafür hier oben auf Layout klicken und nun kommt ihr zum Layout-Modus. Und hier könnt ihr richtig frei drehen. Fangen wir einmal an und zwar bei Template. Es gibt verschiedene fertige Templates, die ihr nutzen könnt für euren Chat. Zum Beispiel das Twitch-Template. Das YouTube-Template könnt ihr auch nehmen. Also ihr könntet euren Twitch-Chat einbinden mit einem YouTube-Template. Im Endeffekt sind es einfach nur vorgefertigte Formen für eure Chatbox. Da könnt ihr euch einfach mal durchklicken, wie ihr das Ganze haben wollt. Zum Beispiel Clean ist auch noch eine Variante. Dann wird das Ganze so eingerückt, wie ihr hier seht. Ich nutze jetzt mal standardmäßig Twitch. Als nächstes gebt ihr an, von wo der Chat denn geöffnet werden soll. Also sollen die Nachrichten von unten nach oben gehen oder vielleicht von oben nach unten. Da könnt ihr dann frei drehen und das Ganze so einstellen, wie ihr das haben wollt. Dann könnt ihr auch noch sagen, wie der Text ausgerichtet sein soll. Nach links oder nach rechts. Dann könnt ihr auch einstellen, wie die Animation aussehen soll, wie die Texte in das Widget reinkommen. Hier ist zum Beispiel ein Fade-In. Ihr könnt auch einfach ein Pop-In from Center machen. Das sieht dann noch ein wenig anders aus. Oder aber ihr sucht euch einfach mal was aus, was euch gefällt. Einfach draufklicken, kurz warten und dann aktualisiert sich die Anzeige hier links und ihr seht, wie das Ganze animiert wird. Hier zum Beispiel Slide from Left. Dann kommt es einfach so von links reingeflogen. Mit Message Margin stellt ihr dann ein, wie groß der Abstand zwischen verschiedenen Nachrichten sein soll. Umso größer das Ganze eingestellt wird, umso größer ist auch der Abstand zwischen den Nachrichten. Umso kleiner, umso dichter sind die Nachrichten aneinander. Mit Message Line Health könnt ihr dann die Höhe jeder Nachricht einstellen. Das heißt, umso höher ihr das dreht, umso höher wird auch diese Line Health. Was dann auch wiederum bedeutet, dass teilweise der Abstand natürlich auch größer wird. Je nachdem, wie groß eure Schriftgröße ist. Also hängt miteinander zusammen. Die Option hätte man hier eigentlich weglassen können. Aber okay, mit Magnify First Item könnt ihr einstellen, ob das erste Element, also das neueste Element in dieser Chatbox, hervorgehoben werden soll. Das heißt, umso größer ihr das macht, umso stärker wird das erste Element hervorgehoben. Ihr seht es hier, es wird richtig groß geschrieben. Und dann sieht man halt auch die neuesten Nachrichten wirklich sehr prominent. Gehen wir einmal auf den nächsten Tab. Das wäre die Schriftart. Und ja, was soll ich da zu viel sagen? Ihr könnt hier die Textgröße einstellen eurer Schrift. Ihr könnt die Textart einstellen eurer Schrift. Das heißt, wenn ihr hier draufklickt, kommt wieder das bekannte Pop-Up-Fenster. Und ihr könnt zwischen verschiedenen Schriftarten wählen, die es bereits gibt bei Tippy Stream. Oder ihr ladet hier über Upload-File eure eigene Schriftart hoch. Wenn ihr dann eine Schriftart haben wollt, die ihr ausgewählt habt, klickt ihr einfach daneben dann auf Choose. Das Ganze wird sofort aktiviert und ihr seht es auch in der Vorschau. Über Font Weight, also die Dicke bzw. die Schwere ja eigentlich, könnt ihr halt die Dicke einstellen der Schriftart. Umso weiter nach rechts, umso dicker, umso weiter nach links, umso dünner. Dann könnt ihr noch Text Color eingeben. Das heißt hier die Farbe des Textes der Nachricht. Und ihr könnt auch die Farbe der Usernamen ändern. Sollte der User nicht eine spezifische Farbe ausgewählt haben, könnt ihr hier die Standardfarbe für Usernames überschreiben. Bei Text Shadow könnt ihr dann noch, wie bekannt, einen Schatten einbauen. Und zwar könnt ihr mit Shadow Thickness die Dicke des Schattens eingeben. Mit Outline Mode gebt ihr dann an, ob das Ganze, wie jetzt zu sehen, einfach nur umrum sein soll. Also eine Umrandung, ein harter Schatten. Oder wenn ihr das Ganze auf Off stellt, dann ist das Ganze ein weicher Schatten mit Verlauf. Die Farbe des Schattens stellt ihr dann über Shadow Color ein. Also auch wieder reinklicken und die Farbe auswählen. Gehen wir nun noch zum letzten Reiter. Das wäre Themes. Bei Themes könnt ihr wieder mit CSS loslegen. Das heißt, solltet ihr euch mit CSS auskennen und euch da wohlfühlen, könnt ihr damit natürlich das ganze Aussehen nochmal individuell überschreiben. Kennt ihr euch mit CSS nicht aus, dann lasst es bitte auch sein. Denn ansonsten könnte es dazu führen, dass ihr euch das Layout ein wenig kaputt spielt. Und gut, wir sind nun fertig mit dem Einstellen. Das heißt, wir klicken einmal auf Save Widget. Dann wird das Ganze gespeichert und dann findet ihr hier unten einen Link. Embed Link. Da klickt ihr drauf, kopiert diesen ganzen Link und dann sehen wir uns gleich in OBS Studio wieder. Seid ihr aktuell auf der Suche nach atemberaubenden animierten Overlays und Designs für euren Stream- oder YouTube-Kanal? Dann solltet ihr euch unbedingt mal OnTV anschauen. Hier bekommt ihr neben kompletten Overlay-Paketen auch Emotes, Logos und vieles mehr. Auf den Produktseiten findet ihr neben ausführlichen Informationen auch Beispiele zu den einzelnen Anwendungsmöglichkeiten. Und vergesst beim Checkout nicht den Code Nielson1489, denn damit staubt ihr 40% Rabatt ab. In OBS Studio müssen wir nun eine neue Quelle hinzufügen. Das heißt, wir gehen einmal unten auf das Plus und bei Plus wählen wir dann Browser aus. Wir nennen das Ganze einmal Chatbox, klicken dann auf OK und bekommen wieder unsere Browser-Source als Eigenschaftenfenster. Dort bei URL alles markieren und dann Rechtsklick Paste, um euren Link zu dem Widget einzufügen. Nachdem ihr das getan habt, lassen wir Breite und Höhe erstmal auf 800x600, da werden wir gleich noch drauf eingehen. Und dann gehen wir einen Schritt weiter runter zu den beiden Checkboxen hier unten. Deaktivieren, wenn Quelle nicht sichtbar ist. Das könnt ihr machen, das würde bedeuten, dass wenn ihr aus der Szene wechselt, in der die Chatbox drin ist, in eine andere, in der sie nicht drin ist, dann würde das Widget deaktiviert werden. Das bedeutet aber auch, dass ihr, wenn ihr zurückwechselt in diese Szene, die Chatbox erstmal wieder geladen werden muss und dann sind alle Nachrichten, die bis dahin geschrieben worden sind, weg. Wenn ihr also die Nachrichten beim Wechseln von Szenen trotzdem behalten wollt, um sie dann im Layout zu sehen, wenn ihr zurückwechselt zu eurer Ansicht mit der Chatbox, dann bitte dieses Häkchen nicht setzen. Das gleiche gilt für Browser aktualisieren, wenn die Szene aktiv wird. Denn wenn ihr das angehakt habt, dann würde der Browser-Prozess neu geladen werden, in dem Moment, in dem ihr in die Szene wechselt, in der die Chatbox eingebunden ist. Also und so arbeite ich eigentlich auch. Ich lasse beides ausgegraut, also nicht angehakt. Damit habe ich dann beim Wechseln der Szenen trotzdem immer die Möglichkeit, dass mein Chat trotzdem noch angezeigt wird. Cache der aktuellen Seite aktualisieren. Da einmal draufklicken und dann klicken wir auf OK. OK, ihr habt nun eure Chatbox und die ist in 800x600. Und was man ja machen könnte, ist, dass man hier einfach reingeht und das Ganze reinzieht. Und dann könnte man ja theoretisch jetzt hier über die roten Punkte das passend hinziehen. So könnte man das machen und dann könnte man über Shift hier das Ganze richtig passend reinmachen. Jetzt habt ihr nur ein Problem. Wenn ihr das macht und ihr schreibt nun Nachrichten in euren Chat, dann werdet ihr sehen, dass das total beschissen aussieht, weil der Text total, ja, verzogen ist. Deswegen würde ich euch das nicht empfehlen. Wir resetten einmal diese Chatbox. Das geht einfach mit Rechtsklick. Dann einfach auf Transformieren. Transformation zurücksetzen. Dann haben wir unsere Chatbox wieder und ich arbeite eigentlich wie folgt. Ich platziere immer diese rote Box in der oberen linken Ecke, dass das hier wirklich richtig platziert ist. Dann geht ihr in die Eigenschaften der Quelle und in den Eigenschaften gehen wir jetzt erstmal mit der Breite runter. Das heißt, wir stellen hier zum Beispiel mal die Breite auf 500 und die Höhe auf 400 oder 300. Wir machen es mal auf 400. Dann auf Enter drücken und jetzt seht ihr, alles klar, die Höhe ist zu wenig, aber die Breite passt sich schon mal an. Und ihr spielt jetzt so lange mit Breite und Höhe, bis das Ganze in die Box passt. Das heißt, hier wieder reingehen. Dann gehen wir mal auf, naja, wir machen mal 350 und Höhe machen wir mal 550. Wieder auf Enter und jetzt seht ihr, oh ja, jetzt habe ich zu wenig Breite und die Höhe passt fast. Wenn ihr dann fertig seid mit Breite und Höhe und das angepasst habt, dann sollte eure rote Box perfekt in der Chatbox, also in dem Bereich, wo eure Chatbox zu sehen sein soll, drin liegen. Und wenn jetzt Leute in den Chat schreiben, dann wird das Ganze nicht verzerrt, denn ihr habt ja die Originalgröße der Chatbox geändert und nicht transformiert. Das mal so als kleiner Tipp, denn dort haben viele Leute mal Schwierigkeiten und dann sieht der Text total zusammengestaucht oder irgendwie auseinandergezerrt aus. Also so mache ich das Ganze und dann kann man das auch optimal im Layout positionieren. Ja, und damit sind wir dann eigentlich jetzt auch fertig. Ihr habt gelernt, wie ihr das Chatbox-Widget konfiguriert und wie ihr es auch optimal in OBS einbindet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch auf jeden Fall einen Daumen hoch da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao! Ciao! See the word, see the word See the word, walk and run See the word See the word, see the word, see the word